Herzlich willkommen zur Playoff-Ausgabe der GFL-Action. Los geht's, die Dresden Monarchs gegen die Straubing Spiders. Die Dresden Monarchs in den blauen Uniforms begrüßten die Straubing Spiders im Heinz-Steier-Stadion und die Nummer 2 der GFL Nord brachte auch die ersten Punkte auf Scoreboard. Brock Doman mit dem 6-Yard-Lauf in die Endzone, Touchdown und inklusive Extrapunkte die 7-0-Führung der Monarchs. Gut gespielte Option und Doman behält den Ball. Touchdown Monarchs kurz vor dem Ende der ersten Hälfte waren dann die Dresdner erneut zur Stelle und diesmal war es Nico Burrow, der das Ei in die Endzone brachte mit einer 14-0-Führung, ging es in die Pause. Diesmal gibt der Quarterback dem Ball an den Running Back das Ergebnis, das gleiche Touchdown Dresden Monarchs. Im dritten Quarter dann ein Lebenszeichen der Spiders. Devion Young sorgte für den noch einen fehlenden Yard und es stand 14-6, denn die Conversion, die klappte nicht. Die Monarchs hatten aber kein Interesse, die Straubinger nochmal ins Spiel zu lassen. 31-Yard-Pass von Carey Lyles und Ricky Smalling mit dem Touchdown zum 21 zu 6. Im Schlussviertel sorgten die Monarchs dann endgültig für klare Verhältnisse, namentlich Nico Burrow. Erst lieferte er einen 4-Yard-Run zum Touchdown, was die 28 zu 6-Führung brachte und dann zeigte kurz danach Nico Burrow noch seine Qualitäten als Passempfänger. Gleich bekommen wir es zu sehen. 5 Yards, kein Problem. Der dritte Touchdown von Burrow in diesem Viertelfinale mit 35 zu 6. Ein deutlicher Sieg der Dresden Monarchs. Schwäbischer Unicorns gegen Hildesheim Invaders. Gibt es das Halbfinale in Dresden oder in Schwäbischal? Genau darum ging es in dieser Partie und die Invaders in den weißen Trikots legten auch gleich richtig gut los. Jordan Grant mit dem 16-Jahres-Touchdown-Lauf zur 6 zu 0-Führung. Schöne Einzelleistung des Invaders Running Backs. Zwei-Verteidiger aussteigen lassen und ab ging es in die Endzone. Und kurz danach legten die Invaders nochmal nach. 23 Yard Field Goal und es stand 9 zu 0, bevor die Unicorns zum ersten Mal auf Scoreboard kamen. Conor Miller bedient aus dem Rollout Cem Kavecci perfekt und inklusive Extrapunkt stand es 9 zu 7. Hildesheim hatte aber eine sofortige Antwort. Rashawn Mills zunächst mit dem sicheren Catch. Und dann ging es einmal über das komplette Feld quer durch die Unicorns-Verteidigung. 93 Yard Touchdown und somit die 16 zu 7 Führung der Gäste. Schwäbischal konnte das Match jedoch noch vor der Pause drehen. Lukas Schäfer zunächst mit dem Touchdown aus kurzer Distanz die Two-Point-Conversion stellte auf 16 zu 15. Erneut kauft sich Miller durch den Rollout Zeit, um dann den präzisen Pass anzubringen. Und kurz vor der Pause war es fast der identische Spielzug und diesmal fand Conor Miller dann Jan Philipp Sonntag in der Endzone. Mit einer 22 zu 16 Führung gingen die Unicorns in die Halbzeitpause. Hier noch einmal schön zu sehen. Erst der Fake, dann der Rollout und dann der präzise Pass in die hintere Endzone. Der Touchdown für Schwäbischal im dritten Viertel. Bauten die Haller diese Führung zunächst aus. Tamsi Sek mit dem 35 Yards Touchdown. Allerdings klappte die Two-Point-Conversion nicht. Daher die Führung für Schwäbischal 28 zu 16. Die Invaders wurden jedoch nicht nervös und konnten zurückschlagen. Matti Probst mit dem Catch des Nelson Hughes-Passes. Neuer Spielstand 23 zu 28. Und zur Überraschung vieler legten die Hildesheim-Invaders sogar noch eine nach. Peter Sulf mit dem Touchdown und auch dem Catch zur Two-Point-Conversion. Und die Überraschung war perfekt. 31 zu 28 der Sieg der Hildesheimer. Und die fahren nun zum Halbfinale nach Dresden. Bevor es weitergeht, kurzer Reminder an euch. Ein Like da lassen und Football TV abonnieren. Und ihr verpasst nichts mehr aus dem Hause Football. Weiter geht's. Potsdam Royals gegen die Allgäu-Comets. Die Allgäu-Comets in den blauen Uniforms hatten das mit Abstand dickste Brett zu bohren in den Viertelfinals. Gegen die Scoring-Maschine Potsdam Royals wurde es dann auch ein sehr eindeutiges Ergebnis. Running Back Heiko Balz eröffnete im zweiten Quarter das fröhliche Punktezählen für die Royals 8 zu 0. Und schon hier die Übermacht der Royals mit ihrer Offense-Line deutlich zu erkennen. Und es dauerte nicht lange und es klingelte erneut in der Comets-Endzone 17-Jahr-Lauf von Thomas Wilson und es stand 16 zu 0. Die Comets wollten aber auch zeigen, was sie so drauf hatten und Nate Stewart veredelte in der Folge den Pass von Xavier Bullock. 70-Jahr-Touchdown und es stand ein 16 zu 7 auf der Anzeigetafel. Das mit den tiefen Pässen können die Royals aber auch. 68-Jahrs Daniel Pedro und es stand 7 zu 24 auf der Anzeigetafel. Schöner Contested-Catch des Whiteouts und ab ging's in die Endzone. Noch immer im zweiten Viertel konnten die Comets erneut auf die Connection Xavier Bullock und Nate Stewart vertrauen. 14 zu 24, noch konnten die Allgäuer einigermaßen mithalten. Aber die Royals legten die Comets noch vor der Pause zwei weitere Eier ins Nest. Alex Labella mit dem sicheren Catch 43 Yards und kurz danach Heiko Balz mit dem Lauf in die Endzone. Und zur Pause stand eine deutliche 40 zu 14 Führung der Gastgeber in den Büchern. Kaum war wieder angepfiffen und die Potsdamer drehten auf. Heiko Balz stellte per 42 Yards Run auf 46 zu 14, denn die Two-Point-Conversion, die klappte diesmal nicht. Und kurz danach konnte Thomas Wilson einen 40-Jahr-Pass von Jalen Henderson in Empfang nehmen und es stand 54 zu 14. Es ging weiter wie das berühmte Brezelbacken. Javerian Smith überbrückt völlig problemlos den noch fehlenden Jahr zur Endzone und es stand 62 zu 14. Im Schlussviertel das gleiche Bild. Javerian Smith hat Zeit und findet Thomas Jenkins aus dem Wide Receiver Screen, macht Jenkins einen 67-Jahr-Touchdown und auf dem Scoreboard stand ein 70 zu 14. Kein Verteidiger deckt die kurze Passroute und diese Einladung nahm Thomas Jenkins gerne an. Das ging einfach zu einfach für die Nummer 5, der Potsdamer. Aber noch immer war nicht Schluss und die Royals griffen jetzt, dann sogar nach diesem Thomas Jenkins-Touchdown tief in die Trickkiste. Heiko Balz fungiert diesmal als Quarterback und findet seinen etatmäßigen Quarterback Javerian Smith. Mein Taschenrechner zeigte ein 76 zu 14. Und einen spektakulären Score hatten die Royals noch zu bieten. Javerian Smith sucht und findet Thomas Jenkins 68 yards. Keiner konnte den Whiteout auch nur in Gefahr bringen. 84 zu 14. Aber die Comets verabschiedeten sich mit Stil. Der letzte Score in diesem Viertelfinale Bullock auf Nate Stewart. Touchdown und somit der Endstand. 84 zu 20. Im Potsdam stellt man schon langsam den Champagner kalt. Die New York Alliance gegen die EFM Razorbacks Ravensburg. Das einzige Sonntagsspiel der Viertelfinalbegegnungen stieg im Teledata-Stadion der in weißen Trikots spielenden EFM Razorbacks Ravensburg. Die ersten Punkte in dieser Partie lieferten aber die Gäste aus Braunschweig. Der Screen-Pass auf Luke Meacham und der ließ sich nicht aufhalten. 44 yards bis in die Endzone die 6 zu 0 Führung der Lions. Denn der Extrapunkt, der ging daneben. Aber die Löwen legten noch im ersten Viertel nach. Tyrell Norville kann sich auf die O-Line verlassen. Gutes Blocking. Nur ab ging es in die Endzone. Inklusive Two-Point-Conversion. Die 14 zu 0 Führung für Braunschweig. Von den Gastgebern war offensiv nicht viel zu sehen. Aber Braunschweig wollte früh für klare Verhältnisse sorgen. Justin Heller kämpft sich 9 yards bis in die Endzone. Und auch hier herausragend gutes Blocking der Lions-Offense-Line. Und es stand 22 zu 0. So ganz ohne Punkte ließen sich die Razorbacks dann aber doch nicht abservieren. Brogan McGowan findet Tim Müller. Und endlich konnten die Ravensburger Fans jubeln. Schöner Play-Action-Fake. Die Defense reagiert drauf. Und Tim Müller war alleine im gelobten Land. Der Anschluss zum 22 zu 7. Aber nichts da mit Aufholjagd. Donovan Isom findet Schaden-Müggenburg in der Endzone. Und es stand 30 zu 7 auf dem Board. Braunschweig hatte keine Probleme mit der Defense der Razorbacks. Noch im dritten Viertel baute Braunschweig seine Führung weiter aus. Erneut war es Tyrell Bovell. Der nächste Touchdown für die Lions war eingebucht. Auch hier wieder das richtig gute Blocking der gesamten Lions-Offensive. Bovell hält sich hinter seinen großen Jungs. Und dann geht es in die Endzone. 38 zu 7. Aber es war keineswegs so, dass Ravensburg nicht mitspielte. Brogan McGowan lieferte noch einen schönen Arbeitsnachweis. Pass auf Michael Mayer. Touchdown. Und ein 38 zu 14 wurde angezeigt. Skinny Post, die Passroute und die Geschwindigkeit von Mayer machte den Rest. Das letzte Wort in diesem Match-Up hatten jedoch die Gäste aus Braunschweig. Donovan Isom mit dem 12-Yard-Pass auf Luke Meacham. Und der zweite Touchdown des US-Amerikaners machte den 45 zu 14 Deckel auf dieses Viertelfinale. Für die Braunschweig-Lions heißt es jetzt, nächster Stopp, Potsdam Royals. Und das noch einmal die Viertelfinal-Ergebnisse im Überblick. Die Dresden Monarchs schlagen die Straubing Spiders mit 35 zu 6. Die Schwäbischer Unicorns verlieren gegen die Hildesheim Invaders mit 28 zu 31. Ganz deutlich Potsdam Royals 84 zu 20 gegen die Allgäu Comets. Und die Ravensburger Razorbacks, die müssen sich den New Yorker Lions geschlagen geben. 14 zu 45. Und daraus ergeben sich folgende Halbfinal-Begegnungen. Am 28.09. um 15 Uhr treffen die Potsdam Royals im Heimstadion im Luftschiffhafen in Potsdam auf die New Yorker Lions. Und am 28.09. um 16 Uhr treffen die Dresden Monarchs im eigenen Stadion auf die Hildesheim Invaders.